Hallo liebe Leute, grüßt zu euch zum Witz und Gewinter. Heute ist der Afrika-Witz. Moment, zoom mal weit. Hallo liebe Leute, grüßt zum Witz von Gewinter. Heute ist der Afrika-Witz und zwar ist der von Julian und grüße gehen von Ihnen an Robinson Huso und Johan D. Und der Afrika-Witz, der geht so, wieso gibt es in Afrika keinen Drei-Sat? Weil die kriegen ja nicht mal einen Sat. Wieso gibt es in Afrika keinen Drei-Sat? Ja, die kriegen ja nicht mal einen Sat. Mit Erklärung, Drei-Sat ist ein Programm vom dritten Programm, das heißt Drei-Sat, da kommen Nano und solche Sachen da. Und in Afrika gibt es keinen Drei-Sat, weil die kriegen ja nicht mal einen Sat. Was heißt, die haben so wenig zu essen da. Jetzt sind in Kongo da 800.000 Kinder am vorm Rand, weil die da Krieg machen und so. Und dann haben die nicht mal Essen für einen und deswegen gibt es dann keinen Drei-Sat, weil die nicht mal einen Sat kriegen. Okay, schau, komm, ich bin auf jeden Fall.